... nach Hause bringen. Wenn Sie so weitermachen, schaffen Sie es. Aber Sie dürfen sich nicht ausruhen. Schau mal an. Meine Güte. Der Druck ist anscheinend wirklich zu hoch. Haben wir zwei erfahrene Spieler drin mit Simon Katic und mit Brad Hawk, die regelmäßig spielen? Das ist wirklich erstaunlich, was der Robin Schaber auch noch schlagen kann.